So, hallo Leute, wir sind wieder da. Es ist ja jetzt schon etwas her, dass der neue Virus rausgekommen ist, der Nekora, Neukora, wir werden es gleich sehen, Virus, und es gibt noch mehrere Sachen, es gibt jetzt zum Beispiel Sprachen zur Auswahl, Deutsch, Französisch, Russisch wahrscheinlich und Englisch, für die Leute, die es haben wollen. Das wurde nicht von den Entwicklern selbst gemacht, sondern eher von der Community, die haben es einfach übernommen, aber was ist das? Auf Handy, Tablet spielen, das Original-Spielplan, kann ich sagen, mobile Geräte erhält, ich glaube mehr, ja, gut, ähm, das weiß ich, das habe ich auch schon als Played. Gut, es ist jetzt auf Deutsch verfügbar, dieses Spiel, und dieser Virus hier ist neu, der Nekora-Virus, der Zombie-Virus, der, ja, wie soll ich sagen, ähm, zumindest auf dem mobilen Device, weil es relativ schwierig war. Und den Neurax-Virus, habe ich den nicht geschafft gehabt? Ich weiß nicht, ich habe den Neurax nicht geschafft, doch, oder? Also wahrscheinlich, weil ich die Menschheit nicht getötet habe, sondern versklavt habe. Ich glaube, das hat mir auch irgendjemand in den Kommentaren so geschrieben. Aber ich habe eh schon 100% freigeschaltet. Ihr seht hier dann auch noch die Schiedsseuchen, ähm, da hatte ich auch mal überlegt, die euch zu zeigen, aber wie gesagt, die sind wirklich total uninteressant. Es ist immer nur Bakterie, also wirklich immer nur hier, ähm, und ganz ehrlich, egal, was man davon nimmt, es kommt alles im Endeffekt aufs Gleiche hinaus, man ist einfach unbesiegbar und kann einfach mal umtesten, was die einzelnen Sachen machen und was man wie, äh, wie freischaltet. Sonst ist das aber sehr uninteressant, meines Erachtens nach. Gut, der Nekora-Virus. Ähm, ja, die Gene müssen wir wieder hinzufügen. Äh, machen wir den. Nachahmer, dann ist solche schwerer zu heilen. Verregert die Mutation-Chance, erhöht die Mutation-Chance, meine solche. Ich erhöhe diese mal. Land, Luft, Wasser, übergeschlossene Grenzen. Wir machen Land. Trockenheit. Und hier haben wir noch gar nichts. Okay. Ähm, ich hab jetzt allerdings keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Daher nenn ich ihn jetzt einfach mal Wolfie. Und wir fangen das Spiel an. Ich hab jetzt schon eine längere Zeit lang nicht mehr gespielt. Ja, logisch. Sonst hätt ich ja das Ding hier schon aufgenommen. Ähm, ja, lösche die Menschheit mit der ultimativen Seuche aus, blablabla. Äh, Schadgebiet wählen. Ähm, wo fangen wir denn mal an? Fangen wir hier wieder an. Ab nach China. So, dann spüren wir mal vor. Wolfie befällt China. Oh ja, das tut Wolfie. Ähm, Wolfie ist ein, äh, Necroa-Virus. Es verfügt über extreme regenerative Fähigkeiten und aggressive Stoffwechselbedarf. Und aggressiven Stoffwechselbedarf. Der Großteil seiner genetischen Struktur bleibt rätselhaft. Wir können auch mal den Speed of Food Loaf machen hier. So, dieser Virus ist, wie ich bereits sagte, ein Zombie-Virus. Ähm, spielt sich deshalb auch ein bisschen anders. Wir können allerdings, wie ihr vielleicht schon seht, noch nicht direkt auf Zombie gehen. Dafür fehlen uns halt, hier sind ja die Sachen, ähm, Zombies hier irgendwo relativ mittig, wenn nicht. Also, damit man zum Zombie-Virus ist hier irgendwo relativ mittig. Die Fähigkeiten. So, was ist denn das? Schiebung erhöht Anstrengung, Fahr- und Mutation-Chance. Ist für Schiefe übergreifende Infektionen möglich? Erhöht zukünftige Forschungsgeschwindigkeit. Ist natürlich noch relativ lasch, was da geht. Ähm, Entsafte aus 3D-Drucker löst Massenpanik aus. Neuer Roboter-Entsafter nach UN-Bericht. Wegen extremen Verstörenden Verhalten in 17 Ländern verboten. Behörden versuchen, den Zugriff auf die Cut-Datei einzuschränken. Neuer Roboter-Entsafter, okay. Jojo-Angriff, was? Jojo-Angriffe nehmen zu, da wisst ihr Bescheid. Am 27.04.2014, ist ja gar nicht mehr so lange hin, nehmen die Jojo-Angriffe, ne, am 7.05.2014, nehmen die Jojo-Angriffe zu. Am 27.04.2014 boomt die Video-Industrie in Großbritannien nur. Ich liebe diese Nachrichten, wirklich. Die sind echt gut. Affen-Schreiben, Scharkez-Päre, Päre-Aufschreibmaschinen, oh Gott. Die Affen nehmen zu, was die Tätik jetzt angeht. Keine Verjüngerungs-, äh, keine Verjüngerungs-, ähm, Medikamente in diesem Jahrhundert. Äh, Zombie-Film basiert auf wahre Begebenheit. Ja, so in etwa. Äh, hier, äh, hier gibt's nur so ein Ende. Okay, das erfüllt auch einfach nur hier. So, wir müssen aber mal so langsam, was ist denn das? Das Virus reproduziert sich schneller in Speicheldrüsen. Dies erhöht die Infektionswahrscheinlichkeit durch Kontakt mit Speichel. Virus spaltet seine Genome. Ähm, auf diese erhöht die Wahrscheinlichkeit lebensfähige Mutationen während der Übertragung. So, ähm, das Läufer ist nur eine Blutkrankheit, arme Länder, nichts Besonderes. Ja, machen wir erstmal den, dann kriegen wir Luftupgrade dazu, das ist schon mal schön. So, damit sind Flugzeuge besser infizibel. Hat China überhaupt einen Flughafen? Ja, natürlich. Ja, unten. Einen Flughafen hat ganz China. Hehehe. Es gibt auch Länder mit zwei Flughafen, meine ich. Aber ich liebe diese Grafik. Neues Hilfsprogramm für arme Länder. Die bealteten Nationen haben eine neue Inhabilitation für arme Länder gestartet. Dadurch sind wir in der Nachricht, wie wir noch in den Rennen. Ja, natürlich fängt euch an. Aber diese dumme UN, Alter. Die macht nichts als Ärger. So, damit wären wir in Russland und hier auch noch in Korea. Ja, wir verbreiten uns so langsam. So, in der App ist es so, dass sobald wir zum Zombie werden und diese auch kontrollieren können und alles mögliche, tauchen, ähm, taucht eine Organisation auf, wie hieß die nochmal? Ich glaube Zed hieß sie. Ich bin mir jetzt allerdings nicht so sicher. Taucht eine Zed-Organisation auf. Diese hat halt den Kampf gegen die Zombies angesagt. Setzt dann überall auf die Welt. die Stützpunkte auf. Und mit diesen Stützpunkten, mhm, ja, äh, bekämpfen sie halt die Zombies. Und wir als Zombies müssen diese Stützpunkte überrennen am besten. Denn die befreien dann halt immer ein Land und so weiter und so fort. Ist natürlich sehr blöd, wenn die bei sowas wie Grönland anfangen. Das hatte ich jetzt schon öfter, dass die auf irgendeine Insel anfangen. Und die Zombies sind über Wasser nicht ganz so gut. Es gibt Upgrades, damit sie über Wasser gut vorankommen. Aber sie sind halt über Wasser nicht ganz so gut. Ist natürlich besser, wenn sie zum Beispiel, ähm, hier die Ukraine, ähm, besetzen. Und wir dann halt von drumherum die ganze Zeit schon Zombies schicken können. Dann haben die nämlich nicht sonderlich viel zu lachen. Weil ich das X hier oben kann. Ich kann auch sehr schlecht sehen, weil hier oben die Aufnahmezahl natürlich wieder sind. Ich bin ein bisschen blöd. So. Jetzt können wir mal gucken. Ähm, das erhöht natürlich. Ja gut, die sind jetzt natürlich auch immuner, ne? Können ja trotzdem mal da aufgehen. Das ist der Speichel. Speichel finde ich eigentlich gut, weil die später sehr viel beißen. Was ist das? Was ist denn? Die Sertanchen, das war durch Urine und andere Körperflüssigkeiten. Die Sertanchen durch Fekalen und Erbrochenes. Da die Menschen ja sehr gerne in irgendwelche Gassen pinkeln, nehme ich das mal. Schlafstörungssymptom mutiert. Ist die Frage, will ich das denn schon? Ich glaube nicht. Kriege ich jetzt 7 Punkte? Ja, ne? Ich glaube ja. Ne, es hat 7 Punkte gekostet. Okay. Aber beim nächsten Mal werden wir dies nicht tun. Das ist mir dann doch auf der Uhr auch zu teuer. Dann versuche ich es lieber dann doch mit der Zombie am Marder. Es will mich doch verarschen, oder? WTF? Ja, das haben sie uns schon gefunden. Afghanistan chartet auch schon mit der Heilmittelforschung. Das ist natürlich nicht so schön. Fieber. Ähm. Wir haben einen Speichel, ne? Dann nehmen wir natürlich den hier. Damit die hier, ähm, äh, Zündung der Blablablups, Speichelproduktion und Infektionsrate steigt hier durch. Dadurch, dass wir Speichel hier schon einmal haben, wirkt sich das natürlich doppelt so gut aus. Dann haben wir den. Zwanghafter Hunger für zu, ähm, unaufhörlichen Nahrungsaufnahme. Ähm, mangelnden Hygiene erhöht Infektionsrisiko. Das heißt, dadurch, dass wir dauernd am Fressen sind, Wissenschaftler sind beunruhigt über Wolfie. Ja, das habe ich schon öfter gehört. Und wir haben gerade einen neuen Inventargegenstand erhalten. Wahrscheinlich eine Karte. Corona schließt Landesgrenzen ab. Das ist natürlich nicht so gut. Das habe ich jetzt aus Acht gelassen. Das muss ich zugeben, dass jetzt natürlich auch die Landesgrenzen schließen. Fuck. Hab schon länger nicht mehr gespielt. Interessant ist, dass dieses Spiel hier relativ alt ist. Und jetzt ist es, ähm, in meiner Schule fürs Handy ein Renner. Also jeder zweite aus meiner Klasse spielt es gerade. Ja, tut das halt. Hier da, die ganzen Flughäfen gehen zu. Hier ist es auch schon zu. Spanien wird schon sehr schwer reinzukommen. Leider, leider, leider. Das heißt, wir müssen unbedingt schnell... Ach, Ina, ja. Nach Heilmitteln decken wir doch im Arsch. Äh, Magen da, mal brechen. Äh, was ist das? Kannibalismus ist natürlich ein bisschen blöd. Zwang, sich selbst zu beißen. Das ist so krank, aber sie töten sich damit nicht mal. Zwang, sich selbst zu beißen oder Teil des eigenen Körpers zu verzieren. Zumeist Finger oder Haut. Erhöht die Fiktionsrate. Ihr müsst euch das vorstellen. Ihr seid mit irgendwas infiziert, wodurch ihr den Zwang habt. Also, die Autophagie. Ich denke mal, das gibt es ja wirklich. Ich denke mal, das basiert ja wirklich teilweise auf echten Sachen. Kannibalismus gibt es ja auch. Aber allein... Also, ich finde das so krank. Den Zwang, sich selbst zu beißen oder gar ganze Körperteile abzubeißen. Zum Beispiel den ganzen Finger von sich selbst abzubeißen. Ich finde das leicht... Ah! Äh, entzündende Gehirn verursacht schwere neurologische Schäden, die zum Tod führen. Physische Wandlung führen zu starken Teils des Körpers. So, die Sache ist, ich muss... Warum leuchtet das da auf? Soll ich kannibalismus schon mal gehen? Nee, das kostet zu viel Punkte. Ich warte noch ein bisschen. Die erheilige Forschung, blablabla, klub. Ist natürlich nicht ganz so gut. Landesgrenzen sind natürlich geschlossen. Ich hätte vielleicht doch lieber das mit den Landesgrenzen mitnehmen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Rätsel wegen den Olympischen Spielen. Ich glaube, sobald wir tötig sind, werden die Olympischen Spiele sowieso nicht mehr stattfinden. USA mobilisieren Infektionstil. So, wir könnten natürlich auch den hier machen, damit wir den reichen Gefilden besser vorankommen. Komm, Kannibalismus, beißt euch. Hier fängt es dann an. Bildung komplexer, neutrale Strukturen, reanimieren, beschädigen Zellen und stellen Körperfunktionen wieder her. Wandeltote in Zombies. Ab da an geht es richtig los mit diesem Virus. Ja, es sind Todesfälle. So, und damit die Toten, die jetzt kommen, auch direkt zu uns gehören, werden wir sie in Zombies umwandeln. Wolfi lässt Tote wieder auferstehen. Wolfi wandelt defizierte Leichen in Zombies und wird im Laufe der Zeit stärker. Die Menschheit art nicht, was ihr bevorsteht. Jetzt haben wir hier eine Zombie-Anzahl, die ihr seht. Was ich hier sehr geil finde, ehrlich gesagt. Ja, und jeder Tote bestätigt jetzt mehr Leute für uns. Mehr Zombies. Das Problem an Zombies ist, dass diese, ähm, auf Dauer an derselben Stelle verhungern. Weil da natürlich keine Menschen mehr sind und sie brauchen ja fressen. Da haben sie den Genemen-Wolfi eingebrochenen Forscher und sagen, dieses Durchbruch-Gemühlen eigentlich zu helfen. Das gefällt mir nicht. Infizierte Hirnzellen, äh, Atomübälder, natürlich zerstört eine Infektion und die Bezönlichkeit. Das gefällt mir doch. Ähm, womit kann ich sie denn jetzt erhöhte, ähm, Beziehungsfähigkeit und Koordination erhöht schwerer, und man bieten. Erhöht See- und Hörsinn, ja. Wolfi wandelt Menschheit in Zombies um. Das Problem ist, dass diese Halme durchforschen mir auch deutlich zu schnell geht, muss ich zugeben. Ich glaube, dieser Versuch wird nichts. Hier, das ist die Zombie-Anzeige, glaube ich. Das schwarze... Da, die Z-Com, genau. Nicht Z-Hieße, einfach Z-Com-Projekt, in Deutschland gestartet sogar. Oh Gott. Um die wachsende Zombie-Bedrohung einzudämmen, wurde eine mächtige Militärororganisation namens Z-Com ins Leben gerufen. Ihre Mission, die Menschheit gegen die Toten verteidigen. Und da, das ist das Symbol. Hier, also cool, cool, hier ist es ein wirkliches Gebäude, weil Dings war es wirklich nur ein Symbol. Wo sie halt stehen. Hier stehen sie jetzt halt in Deutschland. Und das ist ein kleines Problem, weil wir drumherum noch nicht so bekannt sind. Und diese Organisation breitet sich durchaus weiter aus. Zombies vernichten Indien. Zombies haben die letzten Überlebenden in Indien aufgespürt. Niemand hat überlebt. Und ohne Nahrung werden die Zombies anfangen zu verhungern. Genau das ist das, was ich wollte. Jetzt geht unsere Zombie-Anzahl in Indien deutlich zurück. So. Ähm. War hier nicht nur irgendwas sehr tödlich ist. Das da. 28 Meter allerdings. Ähm. Ähm. So. Mal kurz gucken. Ich nehme mal den mit. Der erhöht nochmal, äh, Infektionsradius. Wir müssen nämlich noch infizieren. So. Das Problem ist, wir haben natürlich auch gleich ein Heilmittel. Sie können, glaube ich, nicht die Zombies heilen. Setcom hat genügend Ressourcen für eine Operationsphase auf weitere Länder außerweit Militär. Äh, Flugzeuge und Führung in Deutschland gesteuer. Jetzt, zack, haben wir hier natürlich auch noch eine Base. Allerdings sind da bereits Zombies drin. Alter. Das heißt, die haben jetzt eine Basis in einem Zombie-Zentrum. Die sind doch, ja, die sind in einem Zombie-Zentrum gelandet. Ah, aber sie, 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 sie liefern noch Rohstoffe rüber. Habt ihr gesehen? Das ist natürlich blöd. Ähm. Aber wo kann ich sie denn kontrollieren? Norm, äh, schwere. Will der D noch mit? Ähm. Nehmen wir D noch mit, um den bei der Heilmittelforschung nochmal zurückzuwerfen. Zombies. Ja, sie verrecken, wie ihr seht. Daher, ich würde gern... Setcom gewinnt in Deutschland an Einfluss. Setcom hat in Deutschland erhebliche Verteidigungsanlagen gegen Zombies errichtet. Die Bevölkerung ist, ähm, vorbereitet und zu allem bereit. Tja, das sind die Deutschen. Hier waren auch bereit mehrere... Aha, jetzt sind sie da auch noch. Gut, aber das werden sie, glaube ich, nicht schaffen, hier, oder? Zu halten. Immerhin sind da sehr viele. Ich muss... Oh, Gott, das gibt's hier. Scheiße. Stimmt, hier schaltet man ja noch Sachen frei, sobald man ein Zombie ist. Oh, ein Trieb. Bildern in den Wasser und... Ah, damit können wir über Wasser laufen und sowas. Hiermit können wir sie zielgerichtet wandern lassen. Hier sind die Sachen, die wir jetzt brauchen. Damit werden sie schneller. Damit werden sie mehr. Und schneller können wir sie auch noch machen. Nichts, das sind die Sachen, die wir jetzt brauchen. Aber ich brauche jetzt mal viel Ressourcen. Nein, da ist das... Atomangriff gegen Australien. Bye bye, Australien. Ach Gott. Sitcom hat in Marokko... Sitcom warst das echt erfolgreich gescheit. Ich drücke die jetzt bitte. So, von hier... Ich kann nur in Zombie-Infizierten gebieten, oder wie? Ich versteh das gerade nicht. Dann geht da hin. Blitzlauf freigeschleiftungserfolg. Da seht ihr die Zombies. Bam! Lecker freigeschleift. Duschtkopf. Badesheitssymptom-Kombination. Autophagie, Polyphagie und Kannibalismus führen täglich zu grauen, und vollen Angriffen erhöht die Ancheckungsgefahr und steigern Sorge über Wolfi. Badesseite. So. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die da auch irgendwann mal Zoe mehr oder weniger... Oh Gott, jetzt nicht nach... Oh, jetzt sind die auch noch nach Grönland. Ähm. Macht Horde schneller. Äh, was haben wir denn? Ah, hier können wir grad nix machen. Wir können allgemein grad nix machen, sehe ich grad. War ich grad aus Versehen den ausgebildet? Kann das sein? Ich glaube ja. Haha, ich hatte doch grad noch mehr Punkte. Und das Problem ist jetzt einfach, dass wir halt hier auf Dauer immer mehr verhungern. Das heißt, die Zombies sterben. Wir haben hier zum Beispiel überhaupt keine Zombies mehr drin, sehe ich grad? WTF? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay, ich glaub wir haben verloren. Die Zombies sterben so schnell. Es gibt... Eine Fähigkeit, wodurch man die Zombies länger am Leben erhält. Aber ja, guck dich das an. Diesen Kampf jetzt hier im Endeffekt. Um die Setcom Base hier in Schweden. Ja, kommt. Wir infizieren immerhin auch ein paar. Aber das ist verloren, das müssen wir gleich nochmal verschufen, würde ich sagen. Das hier ist wirklich mit einer der schwersten Viren, würde ich mal behaupten. Jetzt sind sie hier auch noch. Wieder in ein Zombieszentrum rein. Die Base hier schon gecancelt worden. Hier seht ihr das X. Die ist also, glaub ich, schon ausgelöscht worden. Grausames Blutbad in Kanada. Behörden in Kanada schaffen es nicht, die Hauptstadt zu evakuieren, bevor Wellen von Zombies einfielen. Die Bewohner wurden abgeschlachtet. Aber das scheinen wir hier auch zu gewinnen. Dann gehen wir jetzt nochmal mit einer Zombie-Horde nach Deutschland. Wurden wir da gerade instant in Deutschland ausgerottet. Ernsthaft? Okay, aber wir haben immerhin Schweden erobert. Da ist ja schon mal etwas. Die Expansion von Z-Com beschleunigt. Z-Com erklärt Zombie-Bedrohungen in Karibik für minimal und stellt mehr Ressourcen für die weltweite Expansion des Z-Com-Projektes bereit. Ja, das ist verloren. Und dann nehme ich gleich auch ein anderes Upgrade mit. Ich glaube, bei Landstränzen ist dann doch besser. Das ist das Heilmittel interessiert keinen. So, hier sind bereits alle infiziert. So, da sind auch noch Zombies. In Kanada sind keine mehr. Da sind schon alle gestorben. Da unten sind noch Zombies. Wo waren jetzt noch Zombies? Uh, ich habe dich hier. Da. Ne. Das ist der weltweite Blick. Das ist blöd, wenn wir keine Zombies mehr haben. Wir schaffen es nicht. Deutschland ist so stark. Also die Deutschen sind echt extrem gut vorbereitet. Ich sage es mal so. Gut, aber im Endeffekt könnten wir eigentlich schon aufgeben. Ich warte jetzt eigentlich gerade nur noch, dass wir sterben. Beziehungsweise ob wir dieses Set-Com-E-Base hier wenigstens noch ausrotten können, würde mich auch noch interessieren. Diese hier. In Schweden. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Diese ausrotten. Ihr seht ja hier die Zahlen. Aber, wisst ihr was ich mache? Ich mache das doch anders. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Ich mache nochmal ein schnelles neues Spiel. So. Fortfahren. Und zwar nehme ich diesmal. Den behalte ich drin. Aber ich nehme diesmal Landesgrenzen. Ich glaube, das bringt etwas mehr. Ich fange mal mit Bonus an. So. Fortfahren. 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 Spielen. Den Anfang wissen wir jetzt mittlerweile. Wir fangen mit China an. Sprühen schon mal vor. So. So. Wenn mir dieser Versuch jetzt nicht gelingt, seht ihr dann im nächsten Part, wie ich es dann geschafft habe. Hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Oder ich. Oder schreibt mir, wie ihr es lieber haben wollt. Wollt ihr auch die Fehlversuche sehen? Oder wollt ihr beim nächsten Part lieber einfach nur sehen, wie ich es dann geschafft habe. Ist mir eigentlich relativ egal. Ja. Ich habe das Falsche im Grußwebsite gesperrt. Könnt ihr also Hand haben, wie ihr wollt. Oder wie ihr es lieber habt. So. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo wir nachher erforschen müssen ganz dringend. Was ich ja vorhin leider aus Acht gelassen habe. Denn da sind dann auch die Sachen drin, die ähm. Zombies länger überleben lassen und sowas. Und ja. Wie ihr gesehen habt, wir können dann die Zombies auch in bestimmte Bereiche schicken und so. Das ist dann natürlich schon recht wichtig. Vor allem wenn die Setcom noch ganz am Anfang ist. Sie ist ja noch relativ schwach und man kann sie gut bearbeiten. Ich denke es mal so. Also sie kann noch nicht wirklich viel. Das Dumme ist, dass wenn ich das hier mache, natürlich die ähm. Wenn ein Ding steigt. Die Mutationschance dürfte hier durch eigentlich auch steigen. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht. So. Ich werde erstmal Grundbedürfnisse entdecken. Damit wir weiterkommen. Und erstmal sammeln. Ich sammle jetzt erstmal Infizierte. Die Zombies regeln das ja gleich vor. Alleine mit Defekt. Wir haben ja sowieso eine erhöhte Mutationschance drin. Die ich ja auch in sich auch gar nicht schlecht finde für dieses Zombiegen sag ich mal. Allerdings für den Anfang des Spiels ist erhöhte Mutationschance immer so ein bisschen ähm. Nicht so schön. Es ist schon krank wenn man Kinder lachen oder spielen hört und weiß dass man sie gleich ähm. Naja. Zu lebenden Untoten. Machen wird. Neue Tierhaltungsgesetze in denklichen Gebieten. Ja. Freut euch. So. Achja. Infizieren ist das schön. Welt. Kurier. 27, 28, 29. Wenn man sich das so anguckt das klingt. Das sind auch verdammt wenige wenn man bedenkt wie viele gesund sind. Haha. Oh. Husten FTV. Ich will nur so Stimmen beitragen. Keine Sorgen Leute. So. Ich bin mir nicht so sicher. Ich würde ja am liebsten wieder. Den mitnehmen. Den Speichel wieder mitnehmen. Und zack schon sind wir in anderen Ländern. Genau wo ich es haben wollte. Es ist immer so schön das zu sehen wenn man Luft Upgrade auf 2 macht. Und dann aber fiu 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 fiu. Einmal weiter über den Kontinent kommt. Nein. Ich möchte jetzt wirklich noch nicht. Ich will diesmal wirklich erstmal ein bisschen mehr. Das wäre mir persönlich relativ wichtig. So. Und da noch ein Land. Und da noch ein Land. Jetzt können sich ruhig mehr Länder infizieren. Da hätte ich voll nichts gegen. Ich weiß allerdings noch nicht wie ich auf die Inseln komme. Weil ich jetzt nicht weiß wo das Schiff Upgrade ist. Wo das Wasser Upgrade ist. Damit wir besser über Wasser infizieren können. Daher habe ich ein Problem. Ähm. Die Inseln sind infiziert. Hier überall sind. Natürlich nicht so prickelnd. So. Ja die Flugzeug haben gut infiziert. Und jetzt bin ich sogar schon von Anfang an in Deutschland drin. Ich frage mich wenn ich 100% der Weltbevölkerung infiziert habe. Und diese jetzt zu Zombies wären. Können sie dann trotzdem noch eine Z kommen? Das wäre eigentlich das dümmste was wir machen. Guck. Nein. Mehr speicheln. Noch mal mehr speicheln. Da ist das Wasser Upgrade. Ah. Geht doch. Ich brauche nur noch genug Butter dafür. Äh. Zehn waren es. Einen noch. Oh ich habe hier gerade ein Schiff gehabt. Ich habe gerade schon wieder die Schlafstörungen. Letzte Mal dass ich die Schlafstörungen zurück machen kann. Im Endeffekt. Einmal so komme ich jetzt gerade nochmal in mehreren Ländern rein. Wie man gerade sieht. Ich kann und will sie jetzt nicht nochmal zurück machen. Das kostet mir zu viel. Das haben sie uns natürlich entdeckt. Heilmittelforschung ist auch schon gestartet. Olympische Spiele in London werden fortgesetzt. Das ist natürlich sehr schön, dass die Olympischen Spiele fortgesetzt werden. Weil da treffen sich natürlich Menschen aller Nationen. Wodurch man dann auch mehrere Länder nochmal effizieren könnte. Was war das da gerade mit dem Atem? Was war das da gerade mit dem Atem? Okay. Kröland würde ich gerne noch kommen. Karibik? In Madagaskar bin ich schon Karibik? Ja schon. Ja schon. So. Das Wasser abgehört eins nehme ich trotzdem noch mit. Und den erhöhte Mutationschancen. Und den erhöhte Mutationschancen. was ich noch gemacht habe. Wären jetzt die Häfen geschossen. Ist natürlich sehr schön. Ach Gott. Und dann auch so gut wie alle. Ich meine deren Hafen ist doch offen. Aber ich glaube die fahren nur hier hin. IQ Device. Fieber. Ist Fieber nicht sogar tödlich? Nö. Der ist aber nicht schlecht. Ja. Dadurch mögen die Sonne jetzt nicht so sehr. Und ja. Die Forschung geht halt ein bisschen langsamer. Natürlich nur für die Infizierten. Für die nicht Infizierten gilt dies natürlich nicht. Weil Europa noch relativ kalt ist. Grönland schottet sich jetzt auch schon ab. Pfff. Ach Gott. Wir haben jetzt sowas von verklackt. Wir kommen ja gar nicht voran. Wir kriegen jetzt überhaupt keine Punkte mehr. Das ist richtig bescheuert. Ich muss in die Mitte kommen. Ich muss ganz schnell so Dings kommen. Wir brauchen Zombies. Das wird ein großes Problem grad. Das haben wir zu oft so geforscht würd ich sagen. Koma haben wir jetzt erlernt. Koma haben wir jetzt erlernt. Koma haben wir jetzt erlernt. Koma haben wir jetzt. Koma haben wir jetzt. Koma haben wir jetzt. Gibt mir doch Punkte verdammt. Koma haben wir jetzt. Koma haben wir jetzt noch. Ist das dumme Problem. Erster Todesfall in Russland. Ja. Verreckt. Kriegt mir aber nichts. Bin jetzt verreckt. Ne. Das war's. Ich krieg keine Punkte mehr. Das war's wohl. Ach so was ist doch ärgerlich. Wenn's wirklich an DNS Punkten scheitert. Menno. Ist blöd. Mag ich nicht. Not like. Ja. Ist egal. Heimliche Forschung ist immer defekt fertig. 177 DNS hatte ich zur Auswahl. Hab ich gemacht. Und davon gingen bestimmt knapp 20 allein an die Rückentwicklung für diese Scheiße dran. Ach Gott. Durchschnittlich sterben es 265 Leute pro Tag. Und die Heilmittelforschung ist fertig. Schön dass da jetzt noch irgendwas erforscht wurde. Das hilft mir aber nicht. Und jetzt werden die Leute geheilt. Wenn ich Zombies gehabt hätte, dann hätte ich noch einen Vorteil. Weil Zombies werden, glaube ich, nicht geheilt. Ich bin mir natürlich jetzt nicht hundertprozentig sicher. Yay. Und das war's mit Wolfi. Wolfi wird ausgerottet. Ja. Ein Wunsch, den wir alle haben. Aber... Fand nicht statt. Ähm... Gut. Ich danke da mal fürs Zusehen. Wir... Also... Schreibt mir jetzt mal als Kommentare drunter, ob ihr... Ihr jetzt einfach nur den Wind sehen wollt. Also wie ich gewinne. Oder ob euch das egal ist und ihr einfach allgemein weiter sehen wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Leute. Bis dahin. Ciao. Ciao.